ein paar meter weiter tut sich ganz überraschend doch mal wieder was ja hier wird verfüllt das hatte ich jetzt auch nicht auf dem schirm was hier noch ja luft drunter ist hier muss also die tunnelröhre jetzt drunter liegen vom neuen tunnel abschnitt in den schlossgarten der bagger gibt es rein und der kollege da unten mit der walze so 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 Untertitelung des ZDF, 2020